1 Hallo? Hallo? Hallo, schönen Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut. Wie ist Deine Name? Frau Hoffmann hier. Ich habe Sie telefoniert wegen einer Anmeldung, das Sie bei unserer Seite gemacht haben. Okay. Haben Sie schon Fragen über Onlinehandeln und Investieren und Geld verdienen? Nein, ich muss nur bei Flormarkt machen, ausprobieren machen. Wollen Sie ausprobieren? Aha. Wie viel Geld kann man... Wollen Sie das ausprobieren? Ich möchte probieren, ja. Sehr gut. So, brauchen Sie eine E-Mail oder brauchen Sie eine WhatsApp? Noch einmal. Brauchen Sie das per E-Mail-Informationen oder per WhatsApp? Information sagen. Mir bitte sagen, dann können wir sprechen. Okay. Bei den Problemen. Okay, sehr gut. So, woher kommen Sie jetzt mal? India. India, kommen. Aus Indien. Sehr gut. So, erstmal. Hallo? Wie gesagt, ich bin Frau Hoffmann und ich erkläre Sie sofort, wie wir arbeiten. Wir arbeiten mit intelligenten, digitalen Plattformen. Das heißt, erstmal müssen Sie ein Konto aufbauen und dann kriegen Sie 250 Euro von unserer Plattformen, damit Sie erstmal investieren. Investment machen. Und das aussehen. Ja? Wie bitte? Investing machen. Für Profit. Profit. Sie kriegen 250 Euro nach Ihrer Zahlung von uns, damit Sie die erste Investieren machen. Damit Sie das sehen, ob das funktioniert und nicht. Sie haben eine Woche Zeit, damit Sie das entscheiden. Right. Nach einer Woche Sie entscheiden, ob Sie mit Experten und Roboter arbeiten. Roboter? Oder allein arbeiten. Was für ein Roboter? Der Roboter sieht, ob Sie das Geld aufpassen oder nicht. Und er sieht, ob jemand das Geld klaut. Weil es gibt so viele Plattformen, die Geld klauen. Aber deine Plattform nicht machen. Was? Deine Plattform nicht machen, oder? Meine Plattform was? Nicht klauen, ja? Nicht Profit machen bei Banking mit Bitcoin, ja? Wir brauchen nicht, Ihnen zu klauen. Wie gesagt, Sie kriegen Geld von uns. Ich kriege kein Geld von Sie. Oh, wie viel Geld bekommen bei deiner Firma? Ja, sehr gut. Sie machen das Konto auf mit 250 Euro und dann investieren Sie für Ihr Leben, nicht für uns. Für meine Label? Sie kriegen? Für mein Leben, ja. Wir können das machen. Haben Sie Online Banking, damit ich das IBAN schicke? Ja, wir machen. Haben Sie? Aha. Haben Sie Online Banking? Aber wie viel, wie sagen wir bei Deutschland? Was? Man, wie viel Profit bei einem Monat machen, bei deiner Company? Es kommt drauf an, wie viel Sie investieren. Nicht schreien. Du sollst nicht schreien. Wenn Sie 500 investieren werden. Wenn Sie ganz normal fragen. Du schreien. Nicht ganz normal fragen. Ja, weil Sie mich nicht verstehen. Und ich sehr gut Deutsch spreche, okay? Gut, Sie werden so 70% von dem Investieren, das Sie machen. Es kommt drauf an, wie gesagt, wie viel Sie investieren. Wenn Sie viel investieren, werden Sie viel kriegen. Wenn Sie wenig investieren, werden Sie wenig kriegen. Oh. Es kommt drauf, wie viel Sie investieren. Aber Du, Deine Firma Bonus geben, wenn wir Big Investment machen oder nicht machen. Ja. Ja? Wie viel Deine Firma geben? Wenn Du 250 Euro investierst, erst mal kriegst Du noch 250. Das heißt, Sie werden 250 Euro bezahlen. Oh. Und Sie werden das wieder haben. Okay. Wenn Sie 500 bezahlen, werden Sie 700 haben. Okay, wir wollen 500 Euro machen und dann bei, wie lange, wie lange bleiben, dein Geld bei Deiner Firma? Mein Lieber, Sie bezahlen. Ich Frau habe nichts mehr, mein Liebling zu sagen, okay? Das ist nicht gut. Nein, das ist eine freundliche Antwort. Oh, Entschuldigung. Mein Lieber, das ist kein Problem, ja. Ja, weil wir bei India nicht gut eine Frau bei ganzem Leben nehmen und wir nicht solche Dinge machen. Ah, Sie haben schon eine Frau? Eine Frau haben, ja. Right? Sehr gut. Und wohnen Sie in Deutschland? Ich wohne bei Berlin City. Gut. Und, wie gesagt, ich schicke Sie den IBAN für WhatsApp. Dann können Sie da drauf bezahlen, 250 Euro und dann kriege ich ein Beleg und ein Foto von Ihrem Ausweis. Ich mag nur 500 Euro packen. Ist das in Ordnung? Können wir das machen? Nein, leider geht es nicht. Nur 250. Aber warum denn? Aber so ist das unsere Firma. Sie brauchen kein Geld mehr zu bezahlen. Aber deine Firma kaputt, oder? Warum will man mein Geld nicht nehmen? Nein, aber wir sind kein Klauer. Wir klauen kein Geld, deswegen. Nein, nein, nein. Wir brauchen nicht 500. Nicht klauen, aber Geld kaputt. Nein, ich meine, wir brauchen nur 250 Euro, damit Sie das Konto haben, das neue Konto, den Experten und Roboter. Nein, aber mehr Geld. Drei Sachen mit 250 Euro. Ah, ja, aber mehr Geld, mehr Profit, oder? Aber du mein Geld nicht bei deiner Firma geben. Mein Lieber, das ist deine Sache. Ja? Aber wenn du das investieren willst, kannst du ruhig machen. Ich will das machen. Ich will das machen. Profit mal mit Bitcoin machen. Wie Sie möchten? Aber bei mir müssen Sie 250 bezahlen, nicht 500. Forex machen oder Bitcoin machen? Was du machen? Okay, wie Sie möchten. Wenn Sie 500 wollen, dann okay. Wenn Sie nicht, kein Problem. Sie können aber nur 250 bezahlen. Für 250 in Europa? Gut, wird dann einer anfangen, aber später kann man mehr machen, oder? Wie viel Sie möchten? Wenn Sie 100 Euro investieren, ist okay. Wenn Sie 20 Euro investieren, ist okay. 500 Euro. 500 Euro. Okay. Ist okay. So, ich schicke das per WhatsApp, den E-Bahn. Okay. Bitte, wie gesagt, bezahlen Sie 250 Euro, schicken Sie mir einen Beleg und ein Foto von Ihrem Ausweis. Aber warum, warum, warum du Foto von meinem Passport brauchen? Warum machen? Ich brauche deine Datum, wann du geboren bist und deine Nachnamen und Vorname. Ich kann dir sagen, weiter. Mein Name ist Apu Dalim Nahasapema Petilon. Bin ich geboren bei 18. Oktober 1988, okay? Mein Lieber, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Apu Dalim Nahasapema Petilon ist mein Name. Soll ich Bockstabieren mit Bock, Ziegelbock? Ich brauche das per Bild, nicht mündlich. Ich brauche das Bild. Okay, du mir E-Mail-Adresse sagen, dich schicken bei deiner Company. Right? Ich schicke das per WhatsApp, mein Lieber. Aber wir per E-Mail bitte machen. Ich will nicht per E-Mail per WhatsApp, bitte schicken. Bitte, bitte, bitte weinen Sie nicht. Bitte weinen Sie nicht. Es ist alle gut, bitte nicht weinen, bitte nicht schreien, okay? Mein Lieber, wieso soll ich für dich weinen? Mein Herz geht kaputt. Wieso willst du damit ich weine? Mein Herz geht kaputt, wenn du so redest. Mein Lieber, wenn du eine Frau hast, wieso redest du 2000 Jahre mit mir? Weil wir Profit machen für Geld Company machen. Investment machen. Guck mal, mein Schatz. Okay. Ich brauche nicht, meine Zeit zu verschwinden mit dir. Wenn du willst, kannst du machen. Wenn du nicht willst, dann gehst du weg einfach. Das ist leicht. Sag mir, was steckt bei deiner Popo drinnen, dass du so schlechte Laune haben? Wenn du dir auf Zahnbürste draufsetzen, die Oral-B mit beweglicher Schwingkopf, dann musst du die Austaste drücken. Oral-B. Du kennst den Company? Nein, kenn ich nicht. Ich arbeite nicht. Du arbeitest, aber du jetzt gerade arbeitest. Warum sagst du, du nicht arbeitest? Ich arbeite bei einer anderen Firma. Bei welcher Firma du arbeitest? Noch eine andere Firma? Cashness. Bei Cashness arbeite ich. Katniss, Everdeen? Cashness. Cashness. Was bedeutet? Du kennst doch Englisch. Wieso lügst du mich an? Cash kennst du doch. Money, money. Cash, money, money. Aber was ist ein anderes Wort, was du sagen? Cashness. Where did you pick up your English? Did you get it from Kaugummi Automat? Or where did you learn English, right? I didn't learn it, because I don't need it. But why? But you speak it. Because I don't have stupid guys like you. I'm not stupid. I went to university in Bangalore, India. I am from Hindustan, and I studied doing doo-doo, right? You don't call me stupid, stupid lady. You are the stupid one. I am. No, bro, you are. I am not your bro, bro. I am not your bro, mate. What are you talking about? Oh, mein Lieber, ich brauche nicht Englisch mit dir zu sprechen, weil du sowieso wie eine Fragezeichen bist. Okay, wir werden wieder Deutsch reden. Das ist in Ordnung. Ich muss nur einmal meine Konfusion sammeln. Went to Konfuzius, und dann können wir weiterreden. Können wir Big Investment machen? Könnt du mir Banking Account geben bei deiner Company? Können wir Deal machen? Okay, mache ich sofort. Warte. Aber was du machen? Bitcoin, Forex, wie du Geld verdienen mit IT? Nein, AI. AI machen, ja? Mein Lieber, ich habe nichts damit zu tun mit IT, was du sagst. Ja, aber... Weiß ich nicht, was ist das? Ja, aber wie deine... Wer sind deine internationale Plattformen? Oh, Madaria. Wie deine Firma Geld verdienen? Wieso willst du, dass ich meine Dracula draußen mache? Wieso willst du das? Willst du deine Dracula rausholen? Ne, 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 ne. Bist du, bist du Schemail? Wenn ich meine Dracula draußen mache, dann werden wir zusammen so viel ärgern. Weiß du, weiß du, ich bin indische Mafia. Weiß du, wenn wir Stress haben, wir fahren nicht in die Musik, wir reiten auf Gemäle. Und wenn wir Stress haben, wir Kalasnikov und Turban. Wie hast du nicht Deutsch gelernt, mein Lieber? Wie ist der ganze Tag? Wie bist du? Ich ganze Tag Deutsch lernen, von morgen bis Abend. Und wenn du fragst, werden die Kolte Zügelbock und die mehr Schweinchen, die werden dir schlagen, okay? Du fragst zu mir sein, junge Frau. Nicht gut. Du musst Respekt haben. Du musst gute Karma haben. Ich habe Respekt, mein Lieber. Du musst Karma, gute Karma. Du schlechte Karma haben. Das ist nicht gut. Sag mir, warum du schlechte Karma haben? Wir müssen ein Praying zusammen machen. Geh auf deine Knie, gerade jetzt. Was soll ich? Niederknien. Knie nieder vor deinem Gott. Und wir werden zusammen Gebet machen. Für gute Karma. Mein Lieber, was sagst du da? Was sagst du da? Was wir bieten? Ich brauche nicht bieten. Nicht bieten, beten. Prayer. Wir müssen prayer machen für eine gute Fortuner-Opportunität. Ich brauche nicht, ich brauche, mein Freund. Ich brauche nicht. Ich bin nicht dein Freund, Freund. Ich bin nicht dein Freund, Freund. I'm not your buddy, my sister, right? Can we, can we say it together? Badaskiria! Apakaladonag! And keep yourself. Can you repeat after me? I can repeat. Go, go, fuck yourself. Goat. You can, you can repeat it. Repeat it with me. Go, fuck yourself. Go, fuck yourself, Natasha. Was that right? You understand me? I understand. Natasha. I understand, brother. Natasha, I understand you very well. Understand. Understand. Calm down. Beruhig dich mal wieder. I'm so calm down. I'm perfect, my bro. What's wrong with you? Oh, everything fine. I'm very perfect. I'm very fine. I'm so perfect. Mir geht sehr gut. Du musst du nicht so schreien. Du bist kein Zigebock, oder? Bist du Zigebock? I, I don't scream. You scream. You, I will. You scream, you scream too. I will make you scream, right? No, my bro. You can't make me scream. I scream when I want. I do it all the time. I trigger you all the time. I push all the buttons, right? And you react like a baby. No, 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 my bro. You, you can't make it. You can't. I do it all the time. What, what are you doing all the time? No, 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 investment machen. What, my bro? You don't have money and you lose my time all the time. I have, I have Indian, stop. I have US dollar, I have euro, I have Indian rupee, and I have Pakistani C-Path. You have a motherfucker you have. You have nothing. I got, I send, I send, I send, I send. What do you have? You don't, you don't speak so much. You send the money and that's it. I got the money. I have the whole code here, and it's in my cup kitchen, and I want to put it every day in the day. You can do a day in the day, or what? What? A day in the day. Can you speak please better, because I don't understand you? Are you the racist? Are you racist, lady? You are two pieces of stupid there. No, that was my son. Stop talking about my son. If you have beef with me, it's not his problem. He's the little stupid, and you are the big one. No, 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 no. My son little one. He's like five-year-old. Ah, five-year-old. Yeah, he sits gerade. Stop, stop. He's going to be stupid like you. No, no, no. No, no, no. Warte, I sit here gerade bei mir. I have your own office. And my son, he's looking for a trick for me. Okay? That's like with Kai-Huwe Meyer. Look, my sweetheart. Lovely. The thing is, when you don't have money, when you don't have money, don't lose my time. I have money. Just say it. I don't have money. Give me banking. You don't have. You don't have nothing. I will prove it to you right now. Give me bank detail. You don't have. When you have, you show me. You can show me. Bank detail. I will make money transfer right now. If you give me the bank detail right now, I'm getting very annoyed. I'm getting angry, right? Okay. I'll send you the E-Ban. Good girl. And please send me much money that you can have. You have money. Send it to me. I will send you everything that you earn. Oh, thank you very much. But I don't need your money. You need my money and every time you need money. You have no money. You are an arme Frau. You are a bettler-mädchen by internet. I don't have money. I'm armed. No, sweetheart. You are armed. Because you are a great man. You don't have any sense. I have... You don't have any wife. Stop. I have two wives. I have five kids. I have two cows. Seven goats. And three sheep. Two wives. Three sheep. Most important. I have three sheep. You have two wives? God bless them. I don't know what they see to you that they are married with you. They see my huge... Stop. They see my huge ballsack. They see all the sheep all the goat and they love it. They love their chicken tikka masala. Downstairs, right? You have one mashallah? Chicken tikka masala. God bless them. Look. You have just seen my dog. I don't believe it anymore. Yeah, I know. Don't be stupid. Hey, Natasha. Look at me. Natasha. Willst du ernst? Ernst will ich mit dir reden. Hör mich ganz gut zu. Du, du hast... Bitte. Ja, okay. Okay, wenn du... Erstens, hör mich zu. Oh, 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 oh. Don't talk to me like that. Hör mich zu. Ich stopf dich zu, aber okay, rede weiter. Rayden. Sag kein Wort mehr. Ich will reden. Erstens, willst du mitmachen oder nicht? Ich will nicht meine Zeit verlieren. Ich mag damit machen. Okay. Ich schicke das per E-Mail, den E-Bahn, dann machen wir weiter. Du bist gute Mädchen. Du bist sehr gute Mädchen. Ich bin gutes Mädchen. Right. Oder nicht. Thank you. Thank you, Mara. You are so welcome, little one. How tall are you? How tall I am? Right? 164. Oh, that's cute. That's adorable. I'm cute? I guess so. And how tall you are? I'm 1 meter and 84 centimeter. Ah, 184. Yes. I'm a little, but I make so much big things. You mean like sit in the toilet or what are you doing? What? You make big shit in the toilet? No, you make a big shit in the toilet. I do. I eat Indian food every day. Of course I have big shit. What's the problem? I make money. Gurley. Talk to me. I want the money. All the money your company got. Das ist jetzt nicht verstanden. Ich bin positiv, nicht wahr? Ja, positiv. In welchen Teil der Indien? Bangalore, Bangalore. Shampathia district, nicht wahr? Okay, gut, gut. Okay, listen, honey. In welchen Land sind Sie aus? Sie sind kein Englisch native. Nein. Woher du kommen? Okay, ich bin nicht aus England. Why should I be from England? I was just asking. Woher du kommen? Okay, my English is much better than yours. It's not. Tell me, where are you from? Listen, honey. I'm the honey, right? Yeah. We are talking about doing an activity online. I know, but you also asked, where am I from? So I ask you, where are you from? Also, sag mir endlich, wo du herkommst und wir Geld verdienen können. Berlin. Berlin? Ich auch bei Berlin wohnen. Ja. Welches Stadtteil du wohnen? Bei City Center? Yeah, yeah. Your German is worse than your English. But listen, honey. I'm Außenländer. Would you be interested in... Listen to me. Would you be interested in activating an account with us or not? Ja, ich möchte. Ich möchte mit dir Geld verdienen. Und möchte dir mein Hühnchen zeigen. Okay? In English, honey. I don't understand, you are Indian German. It's not Indian German. Ich habe nur gesagt, ich möchte dir mein Chicken zeigen. Okay? What? Listen, honey. What's up? Have you ever done investments online? No, 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 no. Erste Mal machen. Ich noch nicht machen. No. You have never done a lie. Why? Weiss nicht. Why? Ich weiß nicht. I don't know. I will start to make chicken sound if you don't talk the German to me, right? Hello, lady. I am coming to eat with you chicken soup. If you are going to work with me. My son has Indian restaurant. I will make invitation. Your son what? Indian restaurant. Ah, good, good, good. So, you have money? I have. I do. Oh. Do you have money? Listen, honey. I'm rich, okay? I have a beautiful view. Body? I have a home. I have a house in Italy. I have a house in Germany. Are you from Italy? Yeah, yeah. I'm from Italy. Nice, nice, nice. 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 I like. You like Italian people? Sometimes I like them. Sometimes. Italian people make money. Do you make money? Do you want to make money? I want to. You want to? Are you sure? I am positive. But we have to speak German. 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 What is your background? You have done a registration. So, listen. You have done a registration. So, you are interested. I know that. If you are not interested, don't lose my time. Because I don't have time to lose with you. You have. Okay. You lost one hour. So, if you want to make money, make something for yourself, and you don't have to live like you lived in India, like poverty, in poverty. I don't live in poverty. I don't live in poverty. If you want to make money for yourself, I'm going to send you the date, and you are going to activate an account with us. You want a date with me? If you don't want, stay where you want, be who you want to be, okay? I always am. You can say to me, are you interested or not? Hey, Natasha. I am talking with you sir. Hey, Natasha, I am again. Hacke dich. Wie geht's dir? Jetzt haben wir dich schon wieder verarscht, alter. Wie ist so reich, wie ist so reich, dass ich im Coz da arbeiten muss. So geil. Die so traumatisierten Wetttie des Lebens, die alle. Also, Bombe, Bombe. Ich gehe am Stock, ey. Ey, mal gucken, wie oft wir die noch haben.